Also es steckt aber auch dahinter eben dieses Bewusstsein, glaube ich, da sind wir in Deutschland ja auch wirklich sehr stark geprägt durch diesen unglaublichen Erfolgsdruck. Also in den USA ist es ja jemand, der im Silicon Valley eine Company gegründet hat und damit einen Fehler gemacht hat und pleite ging. Der hat kein Stigma, der ist nicht stigmatisiert, sondern der hat dann, das ist eine Erfahrung, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Bei uns ist es eher negativ. Es, glaube ich, hat sich auch einiges geändert jetzt spätestens seit der Dotcom-Krise, wo es einige gute Leute erwischt hat. Aber ich glaube, wir denken, also wir halten es nach wie vor noch für zu wichtig, dass man nicht scheitern darf. Ja, ja, ja. Zeigen Sie, normalerweise heißt es ja, oder wir würden so darstellen, Idee, eine Anfangsidee und dann arbeitet man, um daraus ein Konzept zu machen. In Ihrem Fall diese Idee, man müsste eigentlich was für geistig Behinderte tun und dann entsteht ein Konzept und jetzt ist das Konzept da, vielleicht der Prototyp. Aber das Umsetzen ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja nicht unbedingt, dass die Erfinder oder die Entwickler auch die guten Entrepreneurs sind. Ich sage immer, ein guter Entrepreneur ist mehr ein Trüffelschwein, der ist nicht so sehr der Erfinder, auch nicht so sehr der Planer und Gestalter. Und dann ist der mit der Intuition, der Nase und vielleicht auch dem Durchsetzungsvermögen und dem Netzwerk und vielleicht auch dem Führungstalent und dem Durchhaltevermögen, aber man kann eine Menge Dinge sagen, was diese erfolgreichen Entrepreneurs ausmacht. Aber es ist vor allem auch ein Stück Trüffelschwein. Das kommt nicht vor oder kommt das irgendwo vor? Ein bisschen. Also diese Trüffelschwein-Funktion, die kommt natürlich innerhalb der Projekte vor und vor allen Dingen in den kurzen Projekten. Ja, weil wir da auch die Themenfindung offen lassen und den Studenten sagen, es gibt zwar ein Oberthema, aber ihr könnt unter dem Oberthema nochmal Suchthemen finden. Und das ist dann die Trüffelschwein-Aktivität sozusagen, jetzt zu schauen, was ist jetzt gerade in Hamburg. Also das Trüffelschwein, was so ein bisschen gräbt und unter der Oberfläche. Und was tolles findet. Aber wir brauchen aber auch genau dieses Gefühl auch bei der Lösung der Probleme. Also wir brauchen diesen Impetus, irgendwo zu graben und zu gucken, wo ist da das richtig Gute. Das brauchen wir auch bei der Lösung von diesen Problemen für geistig Behinderte zum Beispiel. Oder wir haben uns gerade mit der Frage beschäftigt, wie kann man am Flughafen den Sicherheitsstandard beibehalten und gleichzeitig die Erfahrungen bei der Abfertigung verbessern. Also wie kann man dieses Gefühl, wie kann man das alles optimieren im Sinne des Menschen, der im Sinne des Passagiers. Und da muss man auch tief graben und gucken und schauen, wo gibt es da mögliche Lösungen. Und eben nicht nur beim Fragen nach dem, also beim Schauen auf die Menschen, also beim Interview mit den Passagieren, sondern dann natürlich auch zu gucken, welche Technologie ist verfügbar in verschiedensten Bereichen, irgendwo reinschauen in Bereiche, in die vielleicht noch keiner geguckt hat, der aus der Luftfahrt, der die Expertise hat. Und dann zu schauen, das können wir doch vielleicht dann nutzen. Und da kommen uns natürlich die vielen, vielen verschiedenen Disziplinen zugute. Da kommt dann plötzlich ein Medizinstudent auf eine ganz andere Idee, als der Maschinenbauer, für den Luftfahrtindustrie einfach das Berufsziel ist. Sie setzen ja einen großen Nachdruck auf das Wort Team. Also es wird alles in Teams gemacht. Team ist ein positiver Begriff und alle wollen im Team arbeiten. Allein zu arbeiten, ist für die meisten, für mich, sehr erstrebenswert. Und wenn man da eine Weile dabei ist, sieht man, Team ist eine Geschichte, die kann gut gehen, die geht aber auch oft schlecht. Also wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn Teams in der Richtung miteinander konkurrieren, also in welche Richtung soll die Unternehmensgönung gehen, dann fällt das bald auseinander. Und es ist sogar gut, wenn es bald auseinanderfällt, weil es mit mehr Schäden und Verletzungen passiert, wenn es nach der Gründung oder wenn dann schon ein bisschen was aufgebaut ist. So unser Erfahrungsstand momentan würde ich so ausdrücken, Teams funktionieren gut, wenn es einen Lead Entrepreneur gibt, der so für die Richtung, so wie der Bundeskanzler. Und dann gibt es so Bereiche, Rechnungswesen, wenn sich da jemand professionell darum kümmert, ist das sehr gut. Der wird nicht mit dem Lead Entrepreneur konkurrieren oder jemand sagt, Marketing ist mein Ding oder technische Entwicklung. Teams konkurrieren gut, wenn sie sehr arbeitsteilig sind und nicht dem anderen auf die Füße treten oder nur dort auf die Füße treten, wo man sich auf die Füße treten muss, nämlich wo es darum geht, was hat jetzt mehr Gewicht, das Rechnungswesen oder die Richtung oder das Marketing. Da streitet man dann, aber das ist ein fruchtbarer Streit, der muss auch geführt werden. Dagegen, wenn sie miteinander konkurrieren, was ist das bessere Marketing? Ich habe das beste Marketing und er hat etwas, was völlig falsch und in die Irre führt, dann ist das eher konfliktgeladen und meistens nicht mehr sehr fruchtbar. Was ist Ihre Erfahrung? Also erstmal, meine Erfahrung ist, nachdem ich jetzt erlebt habe, was die Kollegen in Stanford machen, was wir jetzt hier seit drei Jahren machen mit mittlerweile über 80 Absolventen, das ist noch eine kleine Zahl, aber es sind eben schon Menschen, die Erfahrung haben, die in vielen, vielen verschiedenen Hochschulen studiert haben und die bei uns ein Jahr verbracht haben, die durch die Bank fast alle sagen, dieses Jahr war für sie wichtiger als die ganzen vier, fünf Jahre, die sie in anderen Hochschulen verbracht haben und zwar in Bezug auf die Findung von relevanten Themen, also mit denen sie sich später mal in ihrem Berufsleben beschäftigen wollen, aber auch, das ist ganz wichtig, in Bezug auf das Finden von Menschen, in Bezug auf das Zusammenarbeiten und das Zusammenarbeiten können. Und ich würde mal die kühne Behauptung aufstellen, dass der ganze Hochschulapparat zum großen Teil darauf fokussiert ist, auf die Individualleistung und dass dieses Zusammenspielen von Team einfach eine viel zu kleine Rolle spielt, als dass wir da nachher keine Probleme haben könnten. Also die Probleme, die sie schildern, die sehe ich ja auch. Könnten auch damit, ja. Und wenn im Studium, also wenn wir viel stärker diese Art von Quervernetzung propagieren würden und nutzen würden, dann glaube ich, wäre die Chance, dass nachher daraus Entrepreneurship entsteht und Companies entstehen, die auch funktionieren, die als Gruppe, als Team auch funktionieren. Also die Teamfähigkeit wird gelernt. Die Teamfähigkeit, die wird jetzt ja gelernt in den Hochschulen, dadurch, dass man vielleicht im Sportverein irgendwo ist oder also nebenbei irgendwas macht, oder? Papiermal zusammenzuschreiben, ja. Aber es ist nicht ein normaler Bestandteil. Und dann würden Sie sagen, in der Konsequenz heißt das, man muss nicht unbedingt so arbeitsteilig sein, sondern Teams können auch anders funktionieren. Wäre das die Konsequenz? Also wir setzen ja, also wir sagen ja ganz klar, und den Luxus gönnen wir uns einfach, im akademischen Bereich kann man das machen. Wir sagen, es muss keine spezielle Konstellation geben. Für einem 5er, 6er Team sagen wir nicht, es muss jetzt ein Betriebswirt und ein Maschinenbauer und ein Informatiker und ein Marketingexperte, müssen das nicht sein, sondern es können einfach Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen sein, die dann diese Rollen spielen und übernehmen. Aber die denken auch erstmal gar nicht in diesen Rollen, sondern die denken problemorientiert, lösungsorientiert. Also schauen Sie sich das Problem an und kommen dann beim Entwickeln, beim Weiter daran arbeiten, dann kommen Sie natürlich zwangsläufig dahin zu sagen, wer macht jetzt das? Also wer macht die Präsentation? Wer macht das Konzept dafür? Und es entsteht aber doch sehr, sehr vieles noch gemeinsam durch dieses Trainieren, 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 im Team, in immer wieder neuen Konstellationen, an immer wieder neuen Themen zu arbeiten und richtig zu arbeiten, mit einer Lösung zu kommen. In einer bestimmten Zeit sind die, nach einem halben Jahr sind die Studenten so konditioniert, dass sie viele, viele Rollen spielen können. Und die natürlich nicht perfekt, die sind ja nicht die Profis, aber sie haben kapiert, wie die anderen ticken und die haben kapiert, was wichtig ist, um da weiterzukommen. Es hört sich so an, als sei Teamfähigkeit in dem Prozess von Problemanalyse und zur Problemfindung, Bearbeitung bis hin zu Lösungen und Prototypen, vielleicht was anderes als Team nach der Gründung, wo es darum geht, Kunden, Cashflow, solche Sachen. Wachstum, Management, Absprachen, Treffen, Kluge und Controlling. Das könnte ja sein, dass das andere Anforderungen sind und auch andere Teams verlangen. Sind es, ganz klar. Aber ich glaube ganz sicher, wenn eine Gruppe von Studenten jetzt bei uns durchgelaufen ist und wenn man die vergleicht mit einer Gruppe, die das nicht gemacht hat, also die nicht durch Design, die durch die Disco gelaufen ist und ein Jahr ein X,